Liebe Astro-Rebellin, lieber Astro-Rebell, willkommen zurück zu deinem Kanal der Astrologie. Ich bin Emmanuelle von 10 Stern, dein astrologischer Lebenscoach, Lebensberater. Und das ist 10 Stern Astrologie. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, überleg es dir, denn ich habe vor, viele interessante Beiträge im Laufe der Zeit zu veröffentlichen, die du nicht verpassen solltest. Und nun die Prognose für Januar 2024. Skorpion, zwischen dem ersten und dem dritten des Monats beginnst du das Jahr und den Monat mit einem Quinkum zwischen Venus und Jupiter. Zum Monatsbeginn wirst du eine Phase der Anpassung in Bezug auf finanzielle Angelegenheiten und persönlichen Wertekompass erleben. Deine Suche nach Expansion und Wachstum könnte im Konflikt mit partnerschaftlichen Belangen stehen. Am vierten des Monats hast du Mars im Steinbock. Bis 13. Februar wirst du eine gesteigerte Energie und Entschlossenheit in Bezug auf Kommunikation und den Austausch von Ideen verspüren. Deine Handlungen könnten darauf abzielen, klar und effektiv zu kommunizieren und Projekte in deinem direkten Umfeld voranzutreiben. Am fünften und bis zehnten des Monats hast du Merkur im Schützequadrat Neptun. In Bezug auf finanzielle Entscheidungen und kreative Projekte können Unsicherheiten auftreten. Du wirst eine Vermehrung von Aufgaben erfahren, die du erledigen musst. Achte dabei auf klare Kommunikation. Mit dem Neumond im Steinbock am 11. Januar wirst du auf jeden Fall eine Zeit des Neuanfangs und der Weiterentwicklung in Bezug auf Lernen, schriftliche Formalitäten und Kommunikation erleben. Nutze diese Zeit, um positive Veränderungen in deinem direkten Umfeld zu initiieren und klare Ziele im Hinblick auf Bildung zu setzen. Wenn du nicht alleine zurechtkommst, kannst du gerne eine astrologische Lebensberatung bei mir buchen, denn dann bekommst du Aussagen, die nur für dich persönlich alleine gelten. Du kannst jederzeit deinen Termin auf meiner Homepage buchen. Am 12. und bis 13. des Monats hast du Mars im Steinbock, Trigon Jupiter im Stier. Du wirst mehr Energie und Enthusiasmus in Bezug auf Kommunikation und partnerschaftliche Kontakte spüren. In den Bereichen der Rechtssituationen, Partnerschaften und Teamarbeit wirst du positive Entwicklungen erfahren. Am 14. hast du Merkur im Steinbock eingetreten. Während des Transits von Merkur im Steinbock wirst du dich verstärkt auf den Austausch von Ideen fokussieren. Diese Aussage gilt bis 5. Februar. Eine kleine Reise, ein wichtiges Gespräch, Besuch oder eine Angelegenheit in Verbindung mit Bildung oder Fahrzeugen können in dieser Zeit bis dahin in den Vordergrund rücken. Am 15. und bis 20. des Monats hast du ein Quadrat zwischen Venus und Neptun. Es könnte eine Situation auftreten, die dich im Bereich deiner kreativen und persönlichen Projekte etwas verunsichert. Bleib realistisch in deinem Denken und Handeln und achte auf klare Kommunikation in deinem Alltag. Danach am 21. Lieber Skorpion hast du einen wichtigen Transit. Dieser Transit dauert bis 2043. Es handelt sich hier um den Transit von Pluto im Wassermann. Während des Transits von Pluto im Wassermann wirst du eine Phase tiefgreifender Veränderungen in Bezug auf häusliche Angelegenheiten und emotionale Stabilität erleben. Ein Wohnungswechsel ist mit dieser Konstellation in den kommenden Jahren möglich. Nutze diese Zeit, um deine häusliche Umgebung zu transformieren und emotionale Blockaden zu überwinden. Eine Veränderung innerhalb der Familie lässt sich nicht meiden. Am 22. und bis 24. des Monats hast du Uranus im Stier Quinkungsgetu in der Waage. Es werden Veränderungen in Bezug auf partnerschaftliche Dynamiken und spirituelle Entwicklung auftreten. Sei offen für innovative Ansätze in deinen Beziehungen und strebe nach einer ausgewogenen Balance zwischen persönlicher Freiheit und Partnerschaft. Der Vollmond im Löwe am 25. Januar deutet auf eine Zeit der Anerkennung und beruflichen Erfolge hin. Nutze diese Phase, um berufliche Ziele zu verfolgen und deine kreativen Talente im öffentlichen Bereich zu präsentieren. Am 26. und bis 31. hast du Mars, Trigon Uranus im Stier. Am Monatsende erlebst du eine Zeit spontaner Handlungen und innovativer Ideen in Bezug auf Kommunikation, Papierkram, Lernen, Lehren, partnerschaftliche Belange. Und Neuigkeiten in diesen Bereichen, auch im Bereich der Liebe, können am Monatsende auftreten. Lieber Skorpion, diese sind ganz allgemeine Aussagen. Danke, dass du dir diese Videos Monat für Monat anschaust. Ich wünsche dir in diesem Jahr 2024 alles Gute, viel Erfolg. Bis zum nächsten Video.